Der Landkreis Herrschaft Schmalkalden lag im heutigen Südthüringen. Zur Hälfte schon seit 1360 vollständig seit 1583 gehörte die Herrschaft Schmalkalden zur Landgrafschaft Hessen bzw. Hessen-Kassel. Ab 1868, nachdem Hessen-Kassel 1866 von Preußen annektiert worden war, war das Gebiet Teil der preußischen Provinz Hessen-Nassau. Es bestand als Landkreis noch bis 1950 in der SBZ bzw. DDR. Der Landkreis hatte eine Fläche von 279,6 Quadratkilometer und im Jahr 1939 52.000 Einwohner. Sitz der Kreisverwaltung war Schmalkalden. In Beichfeld war der Stammsitz der Landgrafen von Hessen-Philippstal-Beichfeld. Einer Nebenlinie der hessischen Landesfürsten, das Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden nutzte die regierende Linie selbst Verwaltungsgeschichte. Die Herrschaft Schmalkalden gehörte von 1360 bis 1583 zur Hälfte zur Landgrafschaft Hessen und zur Grafschaft Henneberg-Schleow-Singen. Nach dem Aussterben der Grafen von Henneberg gehörte die Herrschaft Schmalkalden von 1583 bis 1866 vollständig zur Landgrafschaft Hessen-Kassel bzw. ab 1803 zum Kurfürstentum Hessen. 1821 wurden Verwaltung und Rechtsprechung getrennt. Für die Verwaltung wurde aus den bisherigen Ämtern Schmalkalden, Hallenberg, Herrenbreitungen und Brotterode der Landkreis Schmalkalden gebildet. Für die Rechtsprechung wurden als Gerichte erster Instanz vier Justizämter eingerichtet. Mit dem Gesetz, die Bildung neuer Verwaltungsbezirke und die Einführung von Bezirksräten betreffend vom 31. Oktober 1848 und der entsprechende Verordnung vom 22. Dezember 1848, die zum 1. Februar 1849 wirksam wurden, wurden die bisherigen vier Provinzen aufgelöst und statt ihrer neun Bezirke eingerichtet. Aus der bisherigen Provinz Fulda wurden zwei Bezirke, darunter der Bezirk Schmalkalden, gebildet. Diese Änderung war eine Folge der Märzrevolution. In Schmalkalden änderte sich nichts, der neue Bezirk war mit dem alten Kreis deckungsgleich. An der Spitze des Bezirks stand ein Bezirksdirektor. Dies war 1848 bis 1851 Friedrich von Die. Die neue Verwaltungsstruktur wurde bereits nach kurzer Zeit aufgelöst, nachdem sich die Reaktion durchgesetzt hatte. Mit der Verordnung und dem provisorischen Gesetz, die Umbildung der inneren Landesverwaltung und die Vollziehungsgewalt der Verwaltungsbehörden sowie der Bezirksräte betreffend. Vom 7. Juli 1851 wurde die alte Ordnung wiederhergestellt. In der Folge des Deutschen Krieges 1866 annektierte Preußen das Kurfürstentum Hessen und wandelte dieses zusammen mit dem Herzogtum Nassau. Am 7. Dezember 1868 in die Provinz Hessen-Nassau um hierbei wurde der Landkreis Herrschaft Schmalkalden dem Regierungsbezirk Kassel zugeordnet. Ab 26. April 1907 trug der Kreis die Bezeichnung Herrschaft Schmalkalden. Mit der Auflösung der Provinz Hessen-Nassau durch die NS-Regierung am 1. Juli 1944 wurde der Kreis in den Regierungsbezirk Erfurt eingegliedert, der bisher zur Provinz Sachsen gehört hatte. Ebenfalls zum 1. Juli 1944 wurde aber auch diese Provinz aufgegliedert und der Regierungsbezirk Erfurt der Verwaltung des Reichsstadthalters für Thüringen in Weimar unterstellt. Im Frühjahr 1945 wurde das Kreisgebiet kurze Zeit von der US-Armee besetzt. Der Kreis kam mit dem Regierungsbezirk Erfurt bei der Auflösung des Staates Preußen zum neu gebildeten Land Thüringen der SBZ bzw. DDR. Per Gesetz wurde der Landkreis am 30. Januar 1946 in Kreis Schmalkalden umbenannt. Der Kreis wurde mit der Verwaltungsreform vom 1. Juli 1950 aufgelöst. Zwei Jahre später, am 25. Juli 1952, entstand der neue Kreis Schmalkalden mit ähnlichen Zuschnitt erweitert bis Rostorf und Schwallungen. Landräte 1868 bis 1880 Maximilian Freiherr Senft von Pilsach 1880 bis 1882 Ernst Julius Friedrich von Lengerke 1882 bis 1891 Max Friedrich Martin Georg Fliedner 1891 bis 1919 Andreas Eduard Friedrich Heinrich Hagen 1919 bis 1926 Emil Schubert 1926 bis 1931 Friedrich von Basse 1931 bis 1932 Althaus 1932 bis 9999 Walter Kolb 1932 bis 1937 Ludwig Hammann 1937 bis 1945 Otto Recknagel Liste der Gemeinden Am 1. Oktober 1936 schlossen sich Struth und Helmershof zur Gemeinde Struth-Helmershof zusammen. Am 1. April 1937 fusionierten Auwallenburg und Hergesfugtheit zur Gemeinde Herges-Auwallenburg. Kommunalverfassung Der Kreisherrschaft Schmalkalden gliederte sich in die Stadt Schmalkalden sowie in 37 seit 1937 noch 35 Gemeinden. Mit Einführung des Preußischen Gemeindeverfassungsgesetzes vom 15. Dezember 1933 sowie der Deutschen Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935 wurde zum 1. April 1935 die Kasekundenführerprinzip auf Gemeindeebene durchgesetzt. Die bisherige Stadtgemeinde Schmalkalden führte ab 1. Januar 1934 die Bezeichnung Stadt. Ab 1936 führten auch die Gemeinden Brotterode und Steinbach-Hallenberg die Bezeichnung Stadt. Besonderheiten Noch heute gehört in der Evangelischen Kirche das Gebiet des ehemaligen Landkreises zur Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und nicht zur Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Ab 1936 führten auch die Bezeichnung Stadt.